Krieger, Schmarki, Krisinfo. Ich synchronisiere ihr Wichser. Schmarki, Krieger, Wichser. Er hat auch einer synchronisiert. Voll, Moto, Murmel, Märchen, Murmel, Motto, volles Moto, Murmel, Märchen. Volles Murmel, Märchen? Du bist ein Mummel, Alter. Hallo und herzlich willkommen mit eurem Mummel, das Marker. Hallo. Herzlich willkommen. Du weißt mal geil. So, Tour de Twiles, Folge Nummer 7, ab geht der Fisch. Los geht's doch. Volles Rohr, hinten rein und vorne raus. Mein Gott, kann man endlich diese Scheiße mal reinlassen? Wie man es gerne hat, ihr kennt das doch alle. Komisch, das sind mal die Leute, die hinten sind, am meisten texten müssen. Abends alleine zu Hause und denkt sich, jetzt gerne ein volles Rohr, vorne rein, hinten raus oder andersrum. Muss mal sein. Mein Gott, wie soll man denn noch? Guck mal da, die Lappen. Wie ist denn da vorne mit dem Helm auf dem Kopf? Schmarki, ne, Krieger. Nö, ich guck jetzt an, ich will's nicht. Hey, ich geh picken, picken, picken. Jawohl, jawohl. Das fehlt nicht. Schmarki, drei Punkte abgezogen. Ich war vor dir im Spiel, Kollege Schnischu. Ja, ist klar. Nee, das seh ich nicht da. Das seh ich nicht da, das seh ich nicht da. Das unterstützt ihn auch noch. Ja, nee. Kann man so ungehobelt sein. Keine Erziehung, Genossen, oder was? Also, ihr seht zwar nicht, aber ich hab die Donkey. Warum sollten wir es nicht sehen, du Spacken? Wir fahren hier... Ja, guter Punkt für dich, Schmarki, aber wir sehen es natürlich an deinem Schatten. Guter Punkt für dich. Guck mal, so arrogant ist der Schmarki schon geworden, ey. Nee, die Mütze ist natürlich mit der Donkey besser. Das finde ich komisch, ist aber gar nicht. Sprach der letzte Platzierte. Der meistens vor dir ist. Nein! Oh, oh. Ja, Fessel, du Hure. Ja, fick doch, ihr Ficker. Fick doch, ihr Ficker. War er der Ponds, Schmarki? Ja, Pwned by... Donkey, ne? Pwned by Donkey. Weil ich bin so ein Lappen-Maps hier. Schau mal, ihr Donkey. Ja, das geht. Ja, das geht. Es geht. Ja, das läuft. Es geht, ich sag's hier ganz konkret. Ah, ja, das war mal ein Lieblings-Map-Map. Meine nicht. Guck, ich hab auch null drauf klaufe, die Scheiße. No. Schießt alle Fliegen. Ach, fuck, ey. Red Tango möchte, dass sie einer Xbox-Live-Party joinen. Ja, join doch mal. Ja. 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 Kann ich mir wieder seine Raps anhören. Ziehst du hoch da, du Viech? Danke. Scheinten, ne. Jawohl. Dankeschön. Nein. Nein. Schon fast ein Prestige-Sieg. Und der Lars Marker ist so ein Lappen-Krisis. Jawohl, 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 jawohl. Der Fössl, DNF, komm. Komm, Fössl, die ist. Am Arsch, DNF. Boah, Zweiter, ich hab' ich je gedacht. Und Lars Marker an DNF oder was? Mhm. Mhm. Der Krieger mal erst, ey. Was ist da los? Wie ist der da los? Alle erste Mal heute, ne? Mit Kampfansagen. Ja. Mit Kampfansagen. Sag mal, DNF für den Commander hier. Darf ihr ja keine Runde mal gewinnen. Gut erkannt. Der Olle Kirschen-Meister. Ja, deine Kirschen sind ein bisschen faul geworden, ne? Ja, das sag ich, ja. Ist ja auch keine Kirschen-Saison. Ja. Das mag ich, erkennt's. Warum war ich nicht? Ich hab' es doch so eklig eigentlich, finde ich. War das eklig? Die Map. Warum? Weil ich hier keinen richtigen, äh, Rückmust dran hab. Kein Flow, sagst, ne? Ja, das ist echt so. Ich fülle hin, du Ficker. Ich fülle die Welt hier nicht bei der Welt. Ficker! Ja, klar, der Wald- und Wieselmeister holt noch einige. Nein! 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 Fick dich, Crissigno! Fick dich, die große Abtotenfahrt, ey! Echt, ey. Schlampe. Ach so, sonst hättest du alle gewonnen, ne? He, 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 he. Mann! Lol. Was willst du denn jetzt zuspassen? Schmackig. Geh auf. So, was ist hier los? Ja, ähm, ist das jetzt die, war das die erste Runde oder schon die zweite? Erste. Das ist die erste. Okay. Erste. Kannst du nochmal vier Steps reinknallen und dann geht's, äh... Märchen, ne? Waschtag hatte ich heute auch übrigens. Ja, der Smaki erst, äh, vor, jetzt vor drei Wochen, glaub ich. Ne, dreieinhalb. Dreieinhalb? Blitzig da nicht so'n... ...Krä... äh, Käse auf... Ne, lassen wir es nicht über. Ne, der wird... ...der wird immer abgelutscht. Mmh, nice. Meine Fresse, ey. Von der Katze. Die er nachher schlachtet und isst. Aber ich denke hier sowieso. Und das Blutfink. Können wir die überhaupt noch, äh, in Deutschland veröffentlichen, hier die Folge, oder? Ne, hier ist alles drin. Oder polnische, oder, äh, russische Server hier. Ich glaub, selbst da dürfen wir es nicht. Das wird dieses schon hart. Das sag ich ja, ey. Fick dich. Okay. Ich krieg ja auch kein Flow hier rein in die Map. Du hast auch keinen. Kein Slow. Aber von Krieger reicht's. Ja, fickt euch. Ich hole mir den Swag. Steh morgens auf. Dreh den Swag auf. Wo die Ukulele. Schau kurz in den Spiegel. Sag what up. Hey, I'm getting money. Tutu. Jetzt ist es spätestens draus. Nimm mal einen Swag drauf. Ist doch, ähm, wie nennt sich das? Kreativität. Ja. Außerdem hat er das ja auch nur geklaut. Er hat's ja einfach, äh, von hier, wie heißt der? Soldier Boy. Einfach nur auf Deutsch übersetzt. Soldier Boy, der hat damals auch ein Geist gehabt. Wie ist das? Cracked that? Cracked. Nee, 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 ist doch nicht. Cracked that, weil er hier, äh. Wie hieß das nicht, Smarky? Ich hör mal Swag on. Nee. Wie, nee? Das hieß doch, hieß denn die, der war nur Soldier Boy. Sneed? Soldier Boy. Tell him. Es ist doch geil, ey. Gib uns Sack. Ist mir egal. Ich weiß nicht, warum ich den Kommentar, weil du, äh, letzter bist, ne? Smarky Barky? Du, sei mal ganz gut, ne? Na, fickt euch doch, ihr Spaß! Jawoll! Kirsche! Jawoll! Zweite Kirsche! Kirsche! Und Smarky Letzter! Wie kann ich denn zweiter werden mit null Fehlern? Ich war so gut. Ich war so gut. Ich war so gut. Ich war so gut. Nicht gut genug. Physik, Fabrik, Trials, schwer. Nehmen wir die 450er auf den Freimann und schauen mal, was diese Karre bringt. Ich hab's auch genommen. Ich nicht. Ja, dann würde ich Probleme haben, Smarky Bucky Barky. Das ist Quatsch. Langezogener Sprung. Frontflip eingebaut. Ficken. Perfekt gekriegt. Über das hohe Ding. Und in der Abgrund. Jo. Smarky, schön da unten, da unten gegen geknallt. Ach man, ich hasse diesen Flipper hier. Du auch? Oh nein, da war ich doch so gut. Ja, klar. Ich kann halt nicht mit dem Flippern. Ich kann halt nicht mehr. Ich werde hier nur gefistet. Ja, ich auch, Alter. Ja, ich komme hier nicht weiter am Flippern. Schön DNF abholen, ja. Zack, 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 zack. Mann. Mann. Bist du im Zielträger? Ja, jetzt. Alter, was war das denn? Komm schon. Nein. Alter, wieso war ich nicht im Ziel? Ich habe mich gewundert, wieso die Zeit weiterläuft. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Jetzt will mich schon das Spiel ficken, ey. Schiebung hier. Schiebung. Ja, ja. Vessel, du sagst es. Ich annulliere die komplette Tour. Ja. Es sei denn, ich führe dann, aber das glaube ich nicht. Dann hätten wir schon öfters machen müssen. Gleich von hinten, aber... Nee, das definitiv nicht. Weil der Vessel war jetzt in den letzten Runden richtig aufgedreht, würde ich sagen. Ja, aber Vessel. Der hat doch in den ersten Runden nichts gemacht. Ich weiß noch, hier war immer so ein knappes Ding zwischen mir und Krieger eigentlich, die Map. Jo, war mal. Ja. Damals war es nur noch besser, siehste. Äh, ist ja nischt. Der Drops ist noch nie gelutscht. Ja, hast du groß gemacht, ne? Klar, einfach. Hast mich geklaut. Nein. Jetzt ist der Ranzschmarker auch noch vor mir, ey. So gut gemacht. Ist ja gar nicht, wahr? Doch, ich bin vor dir. Jetzt bin ich hier vor dir. Schmarker. Aber er ist schmarkige Kaktieren zu essen jetzt gleich. Komm. Nein. Ja. Nein. Oh Gott. Tonnen. Tonnen. Null Fehler, ey. Ich glaube, die Zeit habe ich sogar meine beste Jig gefahren. Ja, alles klar. Das ist richtig stark. Da darfst du nicht so weit fassen. Das war so weit von Arschknapp. Was denn? Das war scheinbar. Beide sechs Punkte. Starmare Streit war das. Wieso kriegen wir beide sechs Punkte? Da fängt doch schon die absolute Frechheit. Sowas von... Fick dich. Fick dich das, Marker. Fick dich wirklich. Also ich habe 30, du hast 28. Und ich habe 25. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ihr seht ja jetzt den Punktebildschirm. Ich bin aber weit vor dir, du Arschloch. Soll, glaube ich nicht. Auf dem Fessel, oder? Hinter mir. Ich glaube, ich bin Zweiter. Jo, klar. Doch. Ich glaube, ich glaube. Bitte? Du solltest weniger trinken. Alter. Was glaubst du denn, wer Zweiter ist, Fessel? Wer Zweiter ist? Ja. Ganz klar der Schmarki. Auf dem Dritten bin ich. Und du bist Vierter. Du sagst, ich bin vor dir? Ja, Prösterchen. Ja, tschüsschen. Ich sag, ich bin vor dir. Okay. Um 5 Schellen auf der Gamescom. Ich wette nicht. Mit armen Leuten. Um 5 Schellen auf der Gamescom, sag ich vor dir, bin ich am Ende der Runde 7. Nein. Warum nicht? Eine Schelle. Eine Schelle. Nein. Arschtritt. Arschtritt, nein. Smarki? Nee. Ich bin vor dir. Okay. Eine Schelle? Ja. Oder 5? Nee, eine. Was machen wir bei Gleichstand? Bei Gleichstand könnt ihr euch beide einer schallern. Zur gleichen Zeit. Ja. Okay. Bei Gleichstand schallere ich euch beiden eine. Ja, am Arsch. So. Wenn der erste letzte ist, kriegt der eine geschallert. Nee. Nee. So. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ende Runde 7. Hier. Auf dem Papier. Also ich wagen mich jetzt mal nach vorne. Ich bin vorne. Will jemand dagegen wetten? Was sagst du denn, wer Zweiter ist? Wir lachen ihn als Paul einfach. Cousine. Puh. Schwierig. Also. Boah. Ich glaube, das ist so eng da, das ist, da passt keine Arschritze mehr zwischen. Aber könnte durchaus ein Gleichstand bei dem einen oder anderen sein. Ist auch scheißegal, weil. Genau. Werden wir nachher auflösen. In diesem Sinne gut Schuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Ciao. 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 Ciao.